Kommen Sie rein, aber nächstes Mal ein bisschen mehr aufs Styling achten. Viel Spaß! Guten Tag, hier ist ein Brief für Sie. Schönen Tag noch! Du bist der Jetpack meines Lebens. Zugegeben, der Vergleich ist eher schief als jeden Tag. Du bist der Jetpack meines Lebens. Schönen Tag noch! Schönen Tag noch!